Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Wie Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Wir sind am letzten Tag der Operation Snowdown Aufträge angekommen und jetzt müssen wir ein Lagerfeuer schüren. Also es nicht anzünden, sondern schüren. Das bedeutet, wenn es brennt und es kurz davor ist auszugehen, Holz nachlegen. Das Ganze müssen wir zweimal machen und haben dafür fünf Tage 16 Stunden Zeit. Sollte kein Problem sein, mache ich jetzt mal ganz schnell. Bisschen Holz muss natürlich auch noch farmen, dass ich das schüren. Ich gehe mal zu, dass ich hier 60 Holz kriege. Also ich gehe davon aus, dass die Herausforderung jetzt funktioniert, auch wenn ich jetzt kein Lagerfeuer aktuell brauche, um mich zu heilen. Weil es heißt ja nur schüre ein Lagerfeuer, das heißt ja nicht, heile damit deine Kondition auf. So, einmal anzünden. Zack, es brennt. Bis bewahrt, bis die Meldung kommt, dass wir nachlegen können. Jetzt können wir nachlegen. Einmal schüren. Ich gehe davon aus, dass es jetzt nochmal funktioniert. Zweimal schüren. So, damit ist die Herausforderung erledigt. Es gab 10.000 EPs und die Aufträge für Snowdown sind erledigt. So, für diese Operation Snowdown Aufträge am letzten Tag gab es jetzt 10.000 EPs und die Lackierung Konfetti. Das war's. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.